In diesem Speed Build Video bauen wir die Jurassic Park River Cruise Tour in unserem Jurassic Zoo. Moin sind und herzlich willkommen zurück zur Planet Zoo in unserem Jurassic Zoo Projekt. Wir sind hier in unserem Projekt dabei den Original Jurassic Park so ein bisschen nachzubauen, sowohl in Form von Gebäuden und Einrichtungen, die es im ersten Film von 1993 von Jurassic Park gegeben hat, aber auch von Gebäuden, die nur als Concept Artworks existiert haben und nie im Film vorgekommen sind. Unter anderem zum Beispiel die Jurassic Park River Cruise Tour, die es im Original Park geben sollte, die es dann letztendlich kurz zu sehen gab im Jurassic World. Aber tatsächlich sollte der Original Jurassic Park auch eine solche Tour haben. Die gab es im Buch tatsächlich, da wurde die sehr detailliert beschrieben, aber man hat das dann letztendlich über die Konzeptphase nie hinausgebracht, weil man dann letztendlich festgestellt hat, das wäre einfach viel zu aufwendig und viel zu teuer, das Ganze umzusetzen. Es gibt aber trotzdem Concept Artworks davon und eines dieser Concept Artworks haben wir uns als Vorlage, als Anhaltspunkt genommen, um diese Tour hier in unseren Jurassic Zoo mit einzubinden. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet hier. Ihr seht hier quasi den Flussverlauf und das Ding ist, wir wollen halt zum einen, dass der Fluss die Tiere in ihrer Bewegungsfähigkeit ja quasi einschränkt. Wir wollen aber auch, dass wir verschiedene Gehege in diesem Bereich, der von dem Fluss umschlossen ist, einrichten können. So, das ist jetzt aber ein bisschen problematisch, weil wir nämlich mehrere Sachen feststellen mussten, als wir versucht haben, das umzusetzen, insbesondere beim Bau der Strecke. Es ist so, dass man bei dieser Bootstour, die man bauen kann in Planet Zoo, keine Schleusentore benutzen kann. Das kann man bei den anderen Fahrzeugtouren machen. Da kann man so Schleusen einbauen, ja, damit die Tiere da nicht aus dem Gehege rauslaufen und damit das Fahrzeug trotzdem ins Gehege reinfahren kann. Das geht bei der Bootstour nicht, die kann keine Türen haben. Das heißt, man muss entsprechend dann aufpassen, wenn diese Tour durch zwei verschiedene Gehege führt, muss die Barriere an der Stelle quasi offen sein, damit die Strecke für die Bootstour von dem einen in das andere Gehege führen kann. Das Problem ist, wenn an der Stelle das Gehege offen ist, dann können die Tiere von dem einen in das andere Gehege reinlaufen, dann zählt das als ausgebrochen. Das ist natürlich dann blöd. Das heißt, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir zwischen dem Fluss und dem Landbereich nochmal so eine Rinne gebaut haben. Ja, so eine Art kleinen, ja, so eine kleine Schlucht quasi, eine Minischlucht, die wir dann mit Steinen noch ein bisschen steiler gemacht haben, damit die Tiere nicht in den Fluss rein können. Ja, der Fluss ist quasi jetzt wie so eine Wasserstraße, die von dem Landbereich komplett abgeschottet ist und quasi ein Hindernis darstellt, sodass die Tiere da nicht rein können. Damit wir nämlich auch an dem Flusslauf entlang Gehegewände dann bauen können, damit die Tiere eben nicht von einem Gehege im Fluss zum anderen kommen können. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Und ihr seht hier übrigens gerade, das ist mir auch gar nicht zu gekommen, wie wir hier gerade die erste Station für unsere Jurassic Park River Cruise Tour bauen, basierend auf dem Artwork, was ich euch am Anfang jetzt schon gezeigt habe. Das ist quasi die erste Station und wir haben uns da ein bisschen dran orientiert. Das Problem war, das Artwork, was ich hier gerade gezeigt habe, das war die hochauflösende Version von dem Bild, das wir benutzt haben. Das Problem ist, zu der Zeit hatten wir nur eine niedrig aufgelöste Version. Und bei dieser niedrig aufgelösten Version sah diese ganze Dachkonstruktion so aus, wie wir das hier gerade bauen, nämlich so mit so zwei Dachgiebeln direkt nebeneinander. Im Bild selber sieht man jetzt aber, dass es halt anders ist. Also man sieht halt, das eine Dach ist halt um 90 Grad gedreht. Das meinte auch schon jemand im Live-Chat da. Das war aber so schwer zu sehen, dass man das halt nicht genau sagen konnte. Das Ding ist, es sieht so natürlich auch noch relativ gut aus. Ist jetzt natürlich nicht 100% akkurat, aber ein paar Freiheiten müssen wir uns letztendlich ja auch nehmen. Denn zum Beispiel dieses riesige Segeldach, was da noch über der Anlage ist, das halte ich persönlich für eine ziemlich sinnlose Anlage. Ja, das braucht man nicht wirklich. Ich meine, warum braucht man so einen riesigen Sonnenschutz? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nur hässlich auch. Ich finde das nicht ästhetisch. Das Gebäude selbst finde ich aber sehr ästhetisch. Und deswegen, das passt auch recht gut zu diesem ganzen Jurassic Park Design dazu. Deswegen habe ich mich dann entschieden, nur das zu bauen und dann eben noch das Schild. Und das könnt ihr jetzt hier eben, wie gesagt, im Speed-Bild sehen. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit investiert. Apropos Thema Zeit-Investment. Also ich finde es ja sehr positiv, dass einige tatsächlich geschrieben haben. Sie finden das ziemlich cool, wie ich in diesem Park jetzt baue. Das haben ja wirklich ganz, ganz wahnsinnig viele von euch geschrieben. Und das freut mich natürlich auch riesig, wenn euch das gefällt, was ich hier baue. Leider ist es auch so, dass bei einigen wenigen so ein bisschen das Durchklang, so nach dem Motto, ja, das, was du jetzt hier baust, gefällt mir viel besser als das, was du im letzten Zoo gebaut hast. Daraus schließe ich, dass du dir im letzten Zoo eigentlich überhaupt keine Mühe gegeben hast. Oder viel weniger Mühe als jetzt hier in diesem Zoo. Und da muss ich sagen, das finde ich so ein bisschen unfair tatsächlich, weil das auch nicht stimmt. Also man schließt einfach aus der Tatsache, dass einem das, was ich jetzt hier baue, besser gefällt, oder der Zoo einem besser gefällt, dass ich mir beim letzten Mal wenig oder gar keine Mühe gegeben hätte. Ich möchte einfach nur Planet Zoo spielen. Ich habe einfach nur Bock drauf. Ja, ich will einfach nur Spaß in diesem Spiel haben und da einfach viel Zeit drin verbringen, weil ich einfach Lust drauf habe. Und ganz ehrlich, also ich investiere in jeden Zoo gleich viel Zeit. Ich investiere hier nicht mehr Mühe oder Zeit, jetzt, weil das irgendwie ein Jurassic Park Projekt ist, als in den anderen Zoo. Das, was ich an Zeit investiere, ist sowohl im Stream so viel Zeit, wie ich da halt erübrigen kann, und auch Offscreen tatsächlich so viel Zeit, wie ich halt erübrigen kann. Und bei dem anderen Zoo kam halt einfach noch wirklich erschwerend hinzu, dass man einfach an vielen Stellen gegen Bugs angekämpft hat. Es macht nun mal einfach einen riesigen Unterschied, wenn du parallel noch mit Abstürzen dich beschäftigen musst, wenn du mit diesen ganzen wirtschaftlichen Problemen noch rumkämpfst, dann auch noch, wenn das dann auch noch aufgrund von Bugs nach unten geht, wenn du einfach an jeder Ecke dann noch Baustellen hast, um die du dich halt auch kümmern musst, die halt auch Zeit fressen, ja, dann kannst du halt einfach bestimmte Sachen wieder nicht machen. Das sind dann eben diese Sachen, wie, ja, unter dem Affenhaus nochmal ein paar Steine legen, damit das halt einfach da an der Stelle nochmal ein bisschen besser und logischer aussieht. Das geht dann halt einfach nicht, weil du diese Zeit einfach dann in die Bugbekämpfung oder in das Umgehen dieser Bugs reininvestieren musst und so. Das ist halt schwierig, ne, man hat halt nur so viel Zeit. Der Punkt ist aber, für mich ist das auch kein Wettbewerb oder so, ja. Für mich ist es halt einfach, ich habe einfach Bock auf dieses Spiel, ich habe Spaß an diesem Spiel. Und wenn andere dabei Spaß haben, mir dabei zuzuschauen, wie ich in diesem Spiel Spaß habe, dann habe ich alles richtig gemacht, ja. Ob das jetzt gefällt oder nicht gefällt, was ich da baue, ist erstmal relativ zweitrangig, weil es gibt auch Leute, die gesagt haben, Äh, Jurassic Zoo, was ist denn das für ein Blödsinn, warum machst du sowas? Dafür hast du doch Jurassic World Evolution. Also da gehen die Meinungen sowieso ganz krass auseinander. Ich finde es aber ein bisschen schade, wenn unterstellt wird, dass ich mir irgendwie beim letzten Zoo keine Mühe gegeben hätte. Ich habe einfach Bock auf dieses Spiel. Das ist halt einfach der Punkt. Ich habe Bock drauf, da Zeit zu verbringen. Ich habe auch Bock drauf, mit euch da Zeit drin zu verbringen im Livestream. Und ich denke mal, jeder, der im Livestream dabei war, der kann das einfach auch nachfühlen, dass ich mir in beiden Zoos einfach viele Gedanken gemacht habe, wie ich bestimmte Dinge umsetze oder nicht umsetze, was ich machen kann, was ich nicht machen kann und so. Aber naja, okay, da hat jeder eine andere Sichtweise drauf. Wie gesagt, ich kann einfach immer nur sagen, ich habe Bock auf Planet Zoo. Und auch nach dem Jurassic Zoo Projekt werde ich mir noch andere Sachen ausdenken. Ganz sicher. Also da wird es auf jeden Fall auch noch weitere Zoos geben. Selbst wenn wir mit dem Jurassic Zoo Projekt irgendwann durch sein sollten. Ja, das ist auch sowieso sicher gewesen, dass ich auch irgendwann einfach einen neuen Zoo aufgemacht hätte. Auch mal unabhängig jetzt von den Problemen, die es im anderen Spielstand gegeben hat mit den Bugs und mit den ganzen wirtschaftlichen Problemen, die dann auch aufgrund von Bugs natürlich aufgetreten sind. Das ist halt einfach so. Ja, das passiert halt dann irgendwann, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt habe ich Bock auf einen neuen Zoo. Das wird bestimmt auch hier irgendwann der Fall sein. Irgendwann habe ich vielleicht auch einfach keinen Bock mehr auf den Jurassic Zoo. Ja, dann will ich halt irgendwie eine andere coole Idee umsetzen, die mir gerade gekommen ist. Ja, dann wird es halt einen neuen Zoo geben. Das ist halt dann so. Hauptsache halt, ich habe Spaß dran an dem, was ich baue. Und ich verbringe einfach eine coole Zeit im Spiel. Das ist mein Primäranliegen. Und ich denke mal, das funktioniert hoffentlich auch für die meisten von euch. Das wollte ich halt einfach mal ansprechen, weil ich das bei der einen oder anderen Meinungsäußerung doch ein bisschen auffällig fand, weil das schon auch so tatsächlich nicht stimmt. Also ich kann euch definitiv sagen, bei mir ist immer derselbe Enthusiasmus-Level am Start, meine lieben Freunde. Und deswegen würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt hier mal wieder auf diesen Speed-Bild, meine lieben Freunde. Ich meine, schaut es euch an, wie aufwendig das am Ende dann doch wieder geworden ist. Das Problem ist ja immer, man versucht diese Nachbauten von diesen Concept-Artworks oder auch von diesen Original-Gebäuden natürlich so originalgetreu wie möglich zu machen. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, weil Planet Zoo natürlich seine eigenen kleinen Einschränkungen an dieser Stelle mitbringt. Von daher ist es nochmal eine extra Herausforderung. Normalerweise ist es ja so, wenn man ein Gebäude selber designt, hat man ja auch entsprechend komplette Freiheit. Ja, man kann sich die Teile selber aussuchen. Und wenn man merkt, oh okay, an der Stelle funktioniert das jetzt vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Dann hat man da jede Freiheit der Improvisation. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebäude nachbaut, das eine Originalvorlage hat, dann muss sich das Ergebnis auch irgendwie dann wieder an der Vorlage messen lassen. Und das ist immer auch nochmal so ein innerer Antrieb, welcher dann meine Bauwut und meine Detailversessenheit nochmal extra befeuert. Und möglicherweise, um nochmal auf dieses Problem zu sprechen zu kommen, was ich gerade schon angeschnitten habe, möglicherweise ist das auch der Grund, warum einige das so ein bisschen fehlinterpretieren. Mit hier gibt er sich viel mehr Mühe als beim letzten Zoo. Das ist einfach dieser innere Antrieb, dass du es möglichst akkurat bauen willst. Ja, das ist quasi dieser Akkuratizitätswahn. Das ist nicht mal ein Wort, glaube ich. Aber egal, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und da kann ich es vielleicht dann auch verstehen, warum dieser Eindruck möglicherweise entstehen kann, dass ich mir hier mehr Mühe gebe als im anderen Zoo. Das ist aber mehr so ein zusätzlicher Reiz, der da entsteht. Das hat jetzt nicht notwendigerweise was damit zu tun, dass man sich vielleicht irgendwie mehr oder weniger Mühe gibt. Das ist einfach nochmal so ein Nervenkitzel, der da irgendwie entsteht. Eine Motivation, die nochmal oben drauf kommt, auf die ohnehin schon geile Mechanik, dass man ja bauen kann, was man will. Man hat einfach nochmal diesen Ansporn des Modellbauers sozusagen, etwas so genau wie möglich umzusetzen. Und man muss dazu natürlich auch sagen, das setzt einem ja in seiner Kreativität im Grunde genommen eigentlich Grenzen, weil man sich ja quasi sagt, okay, das und das und das darf ich ja dann quasi nicht machen. Ich muss mich ja an die Vorlage halten. Und in dem Moment, wenn einem Grenzen gesetzt werden, und das ist das Faszinierende, in einer Situation, wo man eigentlich die volle Auswahl hat, wird es plötzlich ein ganz anderer kreativer Prozess. Es entsteht plötzlich eine ganz andere Herangehensweise, weil man ja eben nicht einfach irgendwas machen kann. Ja, man kann nicht einfach da irgendwie Teile wild zusammenprügeln und mal gucken, was dabei rauskommt, sondern man muss halt schon gezielt vorgehen. Und das ist etwas, das verändert den ganzen Prozess. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Und vielleicht finden das auch einige einfach faszinierender beim Zugucken, wenn wirklich etwas Zielgerichtetes entsteht, was auch von Anfang an irgendwie klar ist. Weil wenn ich sage, dass Jurassic Park Besucherzentrum bauen, da weiß jeder, wie das aussieht, zumindest jeder, der die Filme gesehen hat. Ja, da kann jeder was sofort mit anfangen. Und da hat auch jeder sofort ein Bild im Kopf. Und da ist die Richtung klar. Und ich glaube, das spielt da auch wieder so ein bisschen mit eine Rolle, warum das Ganze hier jetzt so ein bisschen, wie soll man das sagen, vielleicht dem einen oder anderen einfach unterhaltsamer vielleicht vorkommt, weil einfach die Richtung klar ist schon so ein bisschen. Also es ist sowieso generell immer schwer zu sagen, warum etwas jemandem besser gefällt und vielleicht auch nicht so gut gefällt. Das ist ja unglaublich subjektiv am Ende des Tages. Mir persönlich gefällt der Prozess irgendwie natürlich unterm Strich. insofern besser, weil ich natürlich etwas baue, was ich selber cool finde. Also ich finde halt den Jurassic Park natürlich, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das Production Design von dem ersten Film ist einfach phänomenal gut. Man kann es nicht anders sagen. Und eigentlich ist es ein Sakrileg, dass man sich bei der Fortsetzung nicht noch mehr daran orientiert hat, als man es ohnehin schon getan hat. Aber naja, okay. Ich kann auch schon mal sagen, wir haben dann nach diesem Projekt hier, nach diesem River Cruise Tour Projekt, haben wir auch noch mal andere Sachen umgesetzt, die auch im Film vorkommen. Ich sage jetzt mal noch nicht was, die Leute, die im Stream dabei waren, werden es wissen. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Und wie geil wir das hingekriegt haben, ist schon echt phänomenal, meine lieben Freunde. Das ist schon echt geil. Und ja, ich will ja nicht zu weit vorgreifen und ich will jetzt auch nicht irgendwie spoilern. Von daher, wir schauen uns dann gleich auch mal an, wie das River Cruise Gebäude hier geworden ist. Und wie gesagt, das ist eine Station, das ist quasi die Hauptstation von unserer River Cruise Tour. Da steigen die Leute quasi in die Tour ein. Es wird aber auch noch andere Stationen geben. Ja, wir haben das Gebäude hier dann quasi in einer leicht verkleinerten Variante einfach ans andere Ende der Strecke kopiert, damit die Leute auf der anderen Seite auch ein- und aussteigen können, dass wir das Ganze quasi auch schon so ein bisschen als Transportmittel benutzen können. Ja, weil das ist ja quasi eigentlich auch mit der Sinn dieser Fahrgeschäfte in Planet Zoo, dass man Zwischenstationen einbauen kann, wo Leute auch wieder ein- und aussteigen können, wo Leute quasi auch einfach sich durch den Park transportieren lassen können, ohne laufen zu müssen und quasi den Besucherstrom ein bisschen zu verteilen. Also haben wir hier quasi zwei Nutzen in einem oder eigentlich drei. Wir haben ein cooles Gebäude aus Jurassic Park nachgebaut, zugegeben, was nur als Konzeptart existiert. Wir haben eine Transportmöglichkeit im Park geschaffen und wir haben eine riesige Fläche für Dschungeltiere in der Unterbringung geschaffen, die die Leute dann von diesen Booten aus beobachten können. Wo wir gerade bei den Tieren sind, das ist eh auch noch eine coole Sache und eine coole Frage, die ihr vielleicht auch da habt. Was für Tiere will ich da eigentlich unterbringen in dieser Jurassic Park Dschungel River Cruise Tour? Das ist eine gute Frage. Wir werden auf jeden Fall indische Elefanten in dem Zentralgehege unterbringen, was so von dem Fluss komplett umschlossen wird, denn die haben nämlich eine Dschungel-Präferenz. Also die wollen vor allem im tropischen Biom, im Asia-Bereich sind ja dann unterwegs, ne, und die wollen halt vor allem diese Vegetation am Start haben. Und ich habe mir gesagt, bei dieser Dschungel-Cruise Tour möchte ich eine Sache auf jeden Fall haben, nämlich, dass der Dschungel über diesen Fluss hinweg wächst. Also dass quasi das Laubwerk oder das Blätterdach diesen Fluss fast komplett an vielen Stellen umschließt, dass man gar nicht den Himmel sehen kann, wenn man da durchfährt. Das ist etwas, das ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, dass ich das umsetzen möchte. Habe ich teilweise auch schon umgesetzt, ist jetzt hier aber in dem Video tatsächlich noch nicht zu sehen, weil wir jetzt hier erstmal nur die Stationen bauen. Aber das ist so der Plan. Und dann brauchen wir natürlich aber auch Tiere, weil diese Pflanzen stehen ja dann in den Gehegen drin, die eine hohe Toleranz gegenüber viel Vegetation aus dem tropischen Bereich haben. Weil sie sonst beschweren sich natürlich ständig von wegen, die Pflanzen, das sind viel zu viele und da wollen wir gar nicht leben und so. Und dann ist ja das Wohlbefinden von den Tieren niedrig. Und das können wir uns nicht erlauben. Das heißt, Tiere, die viel tropische Vegetation wollen, das sind zum Beispiel, wie gesagt, die indischen Elefanten, die kommen damit ganz gut klar, die haben dann eine recht hohe Toleranz. Die wollen natürlich auch nicht zu viel davon haben, weil das jetzt auch nicht komplette Dschungeltiere sind, aber die kommen damit trotzdem klar. Dann ein anderes Tier, was wir da auch auf jeden Fall noch haben wollen, sind die Zwergflusspferde. Ja, die sind ja auch Tropenbewohner sozusagen. Die wollen auch sehr, sehr viel Vegetation in ihrem Gehege haben. Die brauchen allerdings nicht so eine große Fläche. Und das bedeutet, diese Zwergflusspferde werden wir dann entsprechend als Ergänzung mit hinzufügen zu dem großen Flusspferdgehege von den großen Flusspferden. Auch die wollen eigentlich nicht so viel Vegetation. Das heißt, die müssen wir in so einem Bereich unterbringen, der so ein bisschen offener ist, wo nicht ganz so viele Pflanzen am Start sind. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist auf jeden Fall noch geplant, weil das Schöne bei den Flusspferden ist, die brauchen eine ziemlich große Landmasse und auch nochmal eine entsprechend größere Menge an Wasser im Gehege. Das heißt, die brauchen sehr, sehr viel Fläche, insbesondere mehr Tiere das sind. Desto mehr Fläche brauchen sie dann letztendlich wieder. Und von daher, das ist ja um den Fluss herum locker gegeben. Also da haben wir ja ganz, ganz große Flächen um den Fluss herum, die wir abstecken können für Flusspferdgehege, wo wir auch zusätzlich noch Wasserflächen einbringen können und so. Also da ist ja wirklich, da ist ja viel am Start. Da können wir ganz viel machen sozusagen. Und das passt auch. Deswegen sind die Flusspferde recht gut geeignet. Und wenn das Gehege entsprechend groß ist, dann verläuft sich die Bepflanzungsfläche wieder ein bisschen schwer zu erklären. Also die Pflanzenfläche ist ja prozentual anteilig an der Gehegegröße. Das heißt, je größer das Gehege ist, desto mehr Pflanzen kann ich bauen, bevor die Toleranz ein Problem wird bei dem Tier. Das ist eigentlich auch so ein Ding. Deswegen ist das schon ein großer Vorteil, wenn wir da Flusspferde nehmen. Weil selbst wenn wir da Vegetationen einfügen, die denen nicht gefällt und die vielleicht auch mengenmäßig ein bisschen viel ist, auf der großen Fläche verteilt sich das wieder ein bisschen. Und dann können wir mit entsprechenden Pflanzen, die ihnen dann wieder gefallen, gegensteuern an anderen Stellen. Ist so der Plan jetzt momentan. Ob das aufgeht, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das ist schon eine ganz gute Taktik. Und so Dinosaurier-mäßig passen die ja auch so ein bisschen mit rein. Ich meine, das sind ja alles große Dickhäuter und so. Und große Tiere sind ja letztendlich auch die Inspiration gewesen für die Laufzyklen zum Beispiel von den großen Sauropoden in den Jurassic Park Filmen. Also zum Beispiel die Elefanten. Egal jetzt ob indische oder afrikanische. Die Art, wie die sich fortbewegen, ist ja quasi der Anhaltspunkt gewesen, wie sich zum Beispiel der Brachiosaurus fortbewegt. Denn wir wissen ja heutzutage nun mal nicht und vor allem damals nicht, zur Zeit als Jurassic Park 1 entstanden ist, wie sich solche Tiere bewegt haben. Es ist nun mal nicht bekannt. Man hat ja nie Filmaufnahmen von einem echten Dinosaurier gesehen, wie er sich bewegt. Das heißt, was man da getan hat, ist, man hat sich einfach an lebenden Vorlagen orientiert. Und das waren dann eben, wie gesagt, Elefanten vor allem. Und ja, Tiere, die halt ein großes Gewicht, ein großes Körpergewicht mit sich rumtragen müssen. Wie verlagern die ihr Gewicht? Wie bewegen die ihre Beine? In welchem Rhythmus? Welche Reihenfolge? Und in welcher Geschwindigkeit? Und das war dann letztendlich die Vorlage für den Brachiosaurus im Jurassic Park. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, da auch Elefanten unterzubringen, aber auch Flusspferde, auf die trifft das ja in ähnlicher Form auch zu. Und wir schauen mal, was wir da sonst noch einfügen. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge in den Kommentaren machen. Allerdings ist es meistens so, dass die Vorschläge aus den Kommentaren mich ja ein bisschen spät meistens erreichen. Wenn wir dann oft schon an der Umsetzung oder mit der Umsetzung schon fertig sind im Stream, das ist ja mal das Ding, die Folgen sind ja den Streams immer durchaus ein bisschen hinterher. Deswegen kann ich an der Stelle auch wieder nur die Empfehlung aussprechen. Seid auf jeden Fall in den Livestreams am Start, wenn ihr wirklich Anteil haben wollt an der Umsetzung von unseren Zoos, von unseren Parks oder auch hier ganz konkret vom Jurassic Zoo. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, wenn ihr auch Tipps geben wollt und so. Ich meine, ihr könnt das gerne in den YouTube-Kommentaren auch schreiben. Das heißt nicht, dass es keinen Einfluss hat. Das heißt aber immer nur, dass es sehr, sehr schwierig ist, das irgendwie jetzt dann zur nächsten oder übernächsten Folge dann umzusetzen, was ihr geschrieben habt. Das ist eigentlich sogar fast nicht möglich. Also das hat dann einen sehr, sehr viel weiteren Zeitvorlauf noch. Also da muss man dann teilweise schon mit Wochen rechnen eigentlich mittlerweile. Es ist halt wirklich so, weil wir wirklich wahnsinnig viel in den Streams machen und ich auch vieles jetzt mittlerweile auch weglasse teilweise in den Folgen. Das heißt, ich überspringe auch mal einiges. Ich meine auch diese Sache mit dem Fluss, mit den Steinen und den Flusslauf so herstellen. Das habe ich ja jetzt auch zum Beispiel gar nicht in einem Zeitraffer gezeigt. Einfach weil es, naja, es ist halt so eine repetitive Aufgabe, die eigentlich auch nicht wirklich spannend im Zugucken ist. Ich meine, ihr habt ja nichts davon, wenn ihr mir dabei zuschaut, wie ich drei Millionen Stunden lang im Video im Zeitraffer Steine setze. Also ich gehe zumindest davon aus, dass das niemand sehen will, dass das einfach stinklangweilig ist. und ja, dann bereite ich das lieber entweder Offscreen vor oder nehme mir dann einen bestimmten Streamzeit, wo ich dann nur das mache tatsächlich. Wir hatten da wirklich stundenlang teilweise rumgesessen. Einen Teil davon habe ich Offscreen gemacht, einen Teil habe ich im Stream gemacht, bis das halt fertig ist. Weil so eine große Wasserfläche auszugestalten, ja, das dauert halt einfach. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, ne, in Planet Zoo gibt es keinen Knopf, auf dem steht, mach es schnell und schön. Das muss man eben nun mal alles selbst machen. Das ist halt so. Und jeder, der wirklich da irgendwie die Illusion hat, dass das ja total easy ist, irgendwie was Schnelles, Schönes zu bauen, der sollte sich mal ganz schnell von dieser Illusion verabschieden an dieser Stelle. Das ist wirklich so. An der Stelle vielleicht noch mal kurz ein Wort zum Thema Akkuratizität. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das überhaupt ein Wort ist. Meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Genaue Umsetzung und so. Wenn wir uns hier mal die Rückseite angucken, die wir hier gerade bauen, dann werdet ihr ja feststellen, dass in dem Artwork, auf dem wir hier das ganze Design ja basieren, denn, dass da überhaupt keine Rückseite von dem Gebäude zu sehen ist. Das ist halt das Ding. Bei diesen alten Production Artworks ist es halt meistens auch nur so, dass meistens nur eine Seite von dem jeweiligen Objekt gezeichnet wurde und die Rückseite dann entsprechend zum Beispiel im Film auch keine Rolle spielen sollte, weil man ja nur Geld hat, um die Vorderseite zu bauen. Das ist zum Beispiel auch beim Jurassic Park Besucherzentrum der Fall. Ja, dass man halt Kulissen einfach nur von einer Seite sieht, einfach weil es kostengünstiger ist. Dann kann man sich nämlich dann den Bau der Rückwand sparen. Das ist halt so eine Sache. Das heißt, bei der Rückseite haben wir eigentlich immer, ob das jetzt beim Besucherzentrum ist oder auch hier jetzt bei diesem Gebäude, die absolute Freiheit, wie wir etwas umsetzen oder vielleicht noch um Funktionen ergänzen. Ja, das ist auch so eine Sache. Man kann natürlich auch immer noch Funktionen hinzudichten, die vielleicht ursprünglich gar nicht drin waren. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch lustigerweise im neuen Return to Jurassic Park DLC, der ja auch so ein bisschen die Inspiration für das ganze Projekt hier geworden ist am Ende des Tages. Ja, da sieht man ja auch das Besucherzentrum und man sieht die Rückseite und man sieht, da ist einfach mal ein Hubschrauberlandeplatz. Das wird einfach mal so dahin gedichtet, weil es halt auch für das Gameplay praktisch ist, weil von dort aus dann die Expeditionen in die Fossilienregion in Ausgrabungsstätten starten. Das heißt aber nicht, dass das da so war im Film, dass es da wirklich einen Landeplatz gibt. Die Tatsache, dass wir nie sehen, was da wirklich dahinter ist, hinter dem Besucherzentrum, suggeriert halt, dass da auch was sein kann, was schon diese Funktion erfüllt. Es ist jetzt nicht falsch, aber es ist halt auch nicht akkurat, weil wir es nicht genau wissen. Wir können es halt nicht ausschließen, dass es vielleicht einen Landeplatz dort gegeben haben könnte. Um es kurz zu machen, wir haben einfach an den Stellen, wo man nicht genau sieht, was sich dort eigentlich befindet. Die meiste Freiheit, das ist das, was ich da eigentlich sagen möchte mit dieser sehr langen und detaillierten Ausführung. Genau, und jetzt hier an der Stelle, lange detaillierte Ausführung. Ihr habt mich auch gefragt, dass ich das doch mal zeigen soll, wie ich genau das Jurassic Zoo Schild gebaut habe, weil das habe ich ja in dem Video zum Thema Jurassic Park Tour gar nicht gezeigt. Und das ist richtig, das habe ich nicht gezeigt und deswegen dachte ich mir, wir wollen ja hier auch wie auf dem Artwork zu sehen vor der River Tour Station ein Jurassic Zoo Schild haben, das ein bisschen anders aussieht als das, was wir jetzt hier haben für das Haupttor. Aber ich dachte mir, das zeige ich euch jetzt hier mal ein bisschen detaillierter. Also ich klaue mir jetzt hier erst mal ein paar Komponenten von unserem Torschild, ja, was beim Jurassic Park Tour auch schon am Start ist, weil das ist im Grunde schon fast das, was wir an der anderen Stelle auch brauchen. Wir brauchen halt einfach so einen großen Holzbogen, an dem wir halt die Buchstaben dann entsprechend in der richtigen Anordnung und in der richtigen Größe vor allem auch aufbringen können. Das Ganze habe ich jetzt hier mal entsprechend markiert innerhalb des Blueprints, habe das auch innerhalb des Blueprints dann kopiert und mit der von Gruppe Trennen Taste habe ich dann entsprechend diese Teile, die ich da brauche, aus der Gruppe entfernt, natürlich nachdem ich sie kopiert habe und habe dann die Kopie entsprechend als neuen Blueprint, als neue Gruppe hier an die Position gebracht, wo wir das Ganze dann letztendlich haben wollen. So, jetzt stellen wir natürlich fest, das sieht jetzt natürlich nicht so aus, wie wir das haben wollen. Das ist zum einen natürlich viel zu groß, ja, das wollen wir da nicht haben in dieser Größe, das ist viel zu, das knallt ja viel zu groß, viel zu krass, ja, weil es einfach viel zu riesig ist, es nimmt zu viel Fläche ein, ist zu dominant. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall statt der großen Buchstaben für den Jurassic-Schriftzug, brauchen wir auf jeden Fall die kleinere Variante, die, die wir auch für den Zoo-Schriftzug schon benutzt haben. Und da ist es halt, wie gesagt, der Fall, ihr nehmt einfach die Alphabet-Bauteile, das könnt ihr da über die Filter im Baumenmenü entsprechend einstellen, da gebt ihr einfach ein Alphabet und dann holt ihr euch da entsprechend die Buchstaben in der entsprechenden Größe und dann baut ihr entsprechend mit diesen Buchstaben, baut ihr euch den Schriftzug erst mal, wie ihr ihn haben wollt und dann müsst ihr natürlich auch schauen, dass das auf dem Schild entsprechend gespaced ist. Auch das geht wieder am besten, ihr setzt euch einfach dann den Buchstaben und, ne, ihr dreht den ein, wie ihr den braucht, verschiebt den, dann nehmt ihr einen anderen Buchstaben, setzt den dann auch dahin und irgendwann nach und nach habt ihr dann die Schrift und dann müsst ihr halt nochmal insgesamt schauen, ob die Abstände zwischen den Zeichen und so und die Rotation von dem einzelnen Buchstaben, insbesondere wenn es auch so eine gebogene Schrift ist oder sowas, dass das halt alles so ein bisschen zusammenpasst, orientiert euch da am besten an den Linien, die euch das Schild oder der Rahmen selber vorgeben, ja, das ist am einfachsten und ja, jetzt werden einige wieder schreiben, aber es gibt doch auch beschriftbare Schilder, ja, ja, die gibt es, aber die sind nicht so schön, sage ich euch ganz ehrlich, ich finde die nicht so gut, zum einen hat man da nur eingeschränkte Schriftarten und auch die Auflösung sieht da ein bisschen komisch aus von der Schrift manchmal, also ich finde die nicht so ästhetisch, ich finde die nur so für so kleinere Beschriftungen geeignet, aber so richtig gut sind die eigentlich nicht, ich mag das irgendwie mehr, wenn man dann so einen großen Schriftzug hat, was ein bisschen schade ist, dass man für diese Alphabetteile nicht noch verschiedene Schriftarten hat irgendwie, das wäre halt auch noch mal ein bisschen cooler, dass man dann noch mehr Variationsmöglichkeiten hat, das Gute ist, diese Schriftart, hier kommt der Jurassic Park Schriftform schon recht nah, deswegen ist das für mich natürlich hier ideal gerade, so ein bisschen, ja, ihr seht's, ich habe dann entsprechend das Schild, also diese Holzplatte, noch mal ein bisschen zugeschnitten, einfach noch mal ein bisschen dünner gemacht, weil die war schon ein bisschen sehr stämmig und dann müssen wir dem ganzen natürlich auch noch an der Seite ein paar Stützpfeiler geben, denn das Ganze soll ja auch irgendwie an einem Pfahl sein oder an zwei Fehlern soll das ja gehalten werden und dann müssen wir natürlich auch den Bevel-Effekt, also dieses leicht ausgestanzte von der Schrift mit den verschiedenen Farben, ja, dass da so ein Rahmen drumherum ist, das müssen wir natürlich auch noch machen und das funktioniert, indem man sich halt einfach erst mal die korrekt gespacede Schrift nimmt, denn es ist ganz wichtig, dass ihr das erst dann macht, wenn ihr die Schrift so in Position habt, wie sie auch wirklich sein soll, also seid vorher auf jeden Fall möglichst sicher, was den Schriftzug angeht als Ganzes, ja, also versucht dann nicht nachträglich, nachdem ihr diesen Rahmen gemacht habt, noch mal die Schrift zu spacen, das ist viel zu aufwendig, macht das dann erst im ersten Schritt und im zweiten Schritt kopiert ihr dann die gesamte Schrift, den gesamten Schriftzug und verschiebt den dann etwas leicht nach hinten, also auf der Z-Richtung quasi, oder je nachdem, wie eure Schrift halt ausgerichtet ist, in der Z-Richtung nach hinten und dann ein bisschen nach links und nach oben ein bisschen versetzen und dann müsst ihr das noch ein paar Mal machen, quasi, also ungefähr vier Mal, so dass ihr mit dieser, mit diesen Kopien, die ihr da anfertigt, wenn ihr die verschiebt, einmal komplett um den ganzen Schriftzug einmal rum seid, ja, dass da wirklich so ein Rahmen drumherum entsteht und dann gebt ihr dem Ganzen entsprechend die Farbe, also ihr gebt dann der Hauptschrift, ja, die weiter vorne ist, der gebt ihr halt zum Beispiel Rot als Farbe, ja, und dem Rahmen, den Kopien, den gebt ihr dann gelb und zwar immer das gleiche gelb, weil dann fällt das auch nicht so auf, wenn das alles eine schöne einheitliche Farbe hat und dann sieht das so aus, als wenn eure Schrift tatsächlich auch einen richtigen Rahmen drumherum hat, also wenn da nochmal, nochmal so ein, so ein Schriftrahmen um die Schrift ist, ja, dass da halt einfach nochmal eine andere Farbe drumherum ist, das sieht schon sehr cool aus und das ist halt auch bei diesen 3D-Schriften ganz nicer Effekt an der Stelle, der auch nochmal dieses Jurassic Park Feeling halt für mich jetzt hier auch nochmal ein bisschen unterstreicht, weil so ähnlich ist ja die Schrift im Jurassic Park Logo auch gestaltet. Ja, wir haben es geschafft, meine lieben Freunde, das Schild ist jetzt so auch fertig und wenn wir das jetzt hier mal mit unserer Vorlage vergleichen, muss ich sagen, bin ich schon ziemlich zufrieden, wie das jetzt hier aussieht, das ist schon ziemlich cool geworden, wenn man jetzt mal bedenkt, dass wir ja auch die niedrig aufgelöste Vorlage hatten, auf der man einfach so gut wie nichts erkannt hat von diesem Bild, was wir hier als Vorlage jetzt in hoch aufgelöster Form haben, muss ich sagen, ist das jetzt hier schon echt mega gut geworden und das passt auch richtig gut zu unserem Jurassic Park Theme, was wir hier halt am Start haben in unserem Zoo und wir werden das Ganze natürlich wie gesagt in den nächsten Videos auch wieder ein bisschen weiter ausgestalten, da kommen dann Tiere in die Gehege rein, die wir ja dann auch noch einteilen müssen, ja wir holen uns die Elefanten, die Flusspferde und das alles und wir werden auch diese Dschungellandschaft noch erzeugen, die halt wirklich über den ganzen Fluss sich erstrecken soll, das wird richtig cool meine lieben Freunde, da habe ich auch schon richtig viele Ideen, was ich da gerne umsetzen möchte, ich hoffe ich schaffe das alles, aber ihr werdet es sehen in den Streams und in den Videos, die dann kommen, dann sage ich an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, ihr könnt auch gerne mal in die anderen Videos reinschauen, die an dieser Stelle verlinkt sind, zum Beispiel in Return to Jurassic Park, das neue DLC für Jurassic World Evolution, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Planet Zoo im Jurassic Zoo Projekt, bis dann, ciao, ciao.